Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von AloneWords Entertainment Kuddel, Fisch und Ghost Update Wir sind hier beim Basisausbau Wir wollten noch ein paar Fenster dran klatschen Die restlichen vier Glas sparen wir uns erstmal, die wir noch haben Jetzt geht es mittlerweile auch sogar aus der Entfernung So, die nehmen wir aber noch mit zum Bauen Bauen, bauen, bauen Ansonsten, wenn wir sie brauchen, bauen wir sie wieder irgendwo ab Boah, geil, da haben wir zwei Tömmchen Wir haben zwei Tömmchen komplett fertig Wir haben den Rundgang fertig Dann bauen wir die hier innen rein, dass wir wenigstens durchgucken können Jawohl, sauber getroffen So, dann probieren wir es So, hier kannst du drücken, wie du willst, geht nicht Und wenn du hier unten an die Gummilippen kommst, auf einmal geht es Oder baut man das jetzt, indem man hier rundherum und nicht da einbaut? Seltsam Muss er nicht verstehen Einfach nur hinnehmen So, das funktioniert Das ist der Scanner-Raum Ich brauche was zu trinken Die Melonen funktionieren nicht mehr Ist die jetzt endlich fertig? Jawohl So, Knallenbaum war nämlich mehr Wasser, ne? Als Nahrung, jawohl Aber hier haben wir schon mal extra einen frei gemacht Dann kommst du nämlich da rein Genau, das Glas bringen wir weg Packen wir weg Das ist für Essen Aber da kriegen wir dich erstmal so voll Damit Und Ne, ist noch nicht weg Gut Aber irgendwie gefällt mir das hier nicht Ich brauche noch einen Knallenbaum mehr Hab ich Platz, hab ich Voxelstrauch Haben wir Voxelstrauch-Samen da? Das ist Melonen Ne, haben wir nicht da Mist, wieso sind hier die Eier drin? Achso, weil hier zu viele Eier drin sind Jawohl Solange wir nämlich den hier nicht so richtig benutzen können Dann dekonstruieren Neu konstruieren Dann bauen wir nämlich den Voxelstrauch dort an Bababababab Dekonstruieren den Mit so Konstruieren den neu Damit ich hier nicht die ganzen Samen rausholen muss Und setzen hier auch nochmal so einen Baum an Damit wir ein bisschen mehr zu trinken haben Ja, die großen Pflanzen hier Im Moment stören sie nicht Hab ich noch eine Batterie Hörst du auf mit dem Mist hier? Du warst ja letztens da draußen Auf der anderen Seite So, gib mal das her Pack mal das da rein Dann können wir den Erstmal wieder reloaden So, Batterie rein Wie sieht's denn aus mit den ganzen Geräten? Die ist voll Das ist aber eine Energiezelle Fast voll Ist voll Fast voll 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 Ja, das ist Wegen den paar kleinen Sachen Da kümmern wir uns nicht drum Ähm Bam, 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 bam Was wollte ich denn jetzt machen? Genau Wir Ich Wollte Wir wollten Was bauen Grundmaterialien Ne Nahrung Persönliches Ausrüstung Hohe Kapazität Haben wir einen Schwimmflossen Haben wir einen Verstärkter Taucheranzug Geschweißt Haben wir ja Wir brauchen ja Normalerweise Den Strahlenschutzeanzug Nicht mehr Dann können wir Synthetische Fasern herstellen Was braucht man dafür? Titan Titan Fasergewebe Silikon Gummi Glas Fortgeschrittene Materialien Salz Benzul Synthetische Fasern Benzul Und Fasergewebe Benzul Aus dreimal Blutöl 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 Haben wir da 1,2,3 Stellen wir mal Benzul her Ich map Map Benzul Fasergewebe Wie sieht denn das aus? Fasergewebe Schling Pflanzen Probe Haben wir vielleicht Vorne noch liegen In Fasergewebe Haben wir liegen Map 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 Dann haben wir Synthetische Fasern Okay Das sah jetzt aus wie eine Isomatte Und Wie viele brauchte ich denn dafür überhaupt? Natürlich Zwei Also Hoffentlich Tötet mich das jetzt nicht Gut Blutöl 1,2,3 Damit ist der Schrank Auch leer Und von vorne Eine Faser Dann legen wir am besten Eine Faserstrecke bis dahinter Ich könnte sie auch alle mitnehmen Aber mehr brauchen wir nicht Jetzt müssen wir es nicht im Moment So Damit hätten wir das Und dann bauen wir das Synthetische Faser Noch eine Isomatte Und aus zwei Isomatten Bauen wir dann einen verstärkten Taucheranzug Fragezeichen Ausrufezeichen Fragezeichen Klammer zu sozusagen Map Egal Ähm Der Taucheranzug besteht aus Zwei Teilen Reinforced Clothes Jawohl Man weiß was du damit meinst Aber du wirst schon recht haben Dahin verstärkter Taucheranzug Strahlenschutz Handschuhe Strahlenschutz Einzug Klamotten Packt man noch rum Bleiche Labor Zähne Samen Müll Ja Wo klatsche ich denn jetzt meine Klamotten rein Hier Sehen sie gut aus Ja Trinken Da ist gerade Platz Ja Was ist denn das Noch eine Marmormission Essen Ja Da ist auch Platz Aber 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 Hier hinten die Klamotten mit rein Ne Hier ist kein Platz Genau Wann ich bin dahinter Ach Quatsch Das geht auch noch Super Idee Das ist Super Idee Wieso geht das Jetzt hier drüben nicht Und das war doch Ein richtiger Man spinnt Weil ich Könnte Könnte die Ton Einstecken Ne Ne Spiel Du machst mich Verrückt Ist das schon Ist das schon Ich schnallt sie Lippkes Ah Das ist natürlich Perfekt Perfekt Interessant Interessant Ne Kunst Aha Gut Das wäre auch noch eine Möglichkeit Wie viel kriegt man hier nebeneinander Was So viele Was Guck Ich guck Hier nicht mehr Warum Hier war jetzt auch irgendwo Eine Kante Eine imaginäre Pups mir doch nicht eine Basis So Wir brauchen wieder Titanen Machen wir den Schrank leer Machen wir Genau den Schrank Mit Klamotten Pack mal das da rein Streuenschutzanzug Seltsam Können wir auch mal Spinde bauen Hier überall Krasses Ding 1 2 3 4 5 Da hab ich ja mal richtig Bock Die abzureißen Später wieder neu zu machen So Hast du hier noch Was gefunden Nein Datenboxen hast du alle weg Und warum haben wir nur noch 1375 Energie Wir hatten noch 1500 Was ist passiert Wenn der nicht mehr arbeitet Das ist doch nicht so schlimm Dann haben wir trotzdem noch 1500 Oh der hat die kleinen Samen weg gemacht Das ist cool Da kannst du die hier auch Einschmeißen Ich hab die nur Versuchshalber noch Reingepackt Und jetzt 1375 Hast du Etwa kaputt gepupst Das war mir gerade angezeigt 7% 8% Ladezustand 125 125 Hä? Ach jetzt kommen wir aus Die 125 drauf Oder was? Weil die Sonne aufgeht Ihr macht mich ganz körre Hört auf mit dem Mist Tatsache 1500 Wo war ich? Mist Gib mal hier Hier 2 So Pack mal wieder weg Sonst siehst du zu gefährlich aus Zu brutal Klamotten haben wir weggepackt Dann können wir jetzt mal weiter gucken So Kreislauf Tauchgerät Fasergewebe Kabelsatz Was haben wir an? Strahlenschutzhelm Ähm Kabelsetz Waren noch 2 Silber Richtig Mach wieder auf Elektronik Kabelsatz 2 Silber Ähm Einfasergewebe Einfasergewebe Heißt Mal ab Ach hier Fasergewebe Das war ja keine synthetische Faser Genau Da haben wir das gleich Da Natürlich wäre das Wasserteil Natürlich besser Da hätten wir gleich Wasser unterwegs Aber solange wir das nicht haben Hat er gleich angezogen Fein Strahlenschutzklamotten brauchen wir erstmal nicht Und damit uns nicht langweilig wird Lesen wir gleich mal einheimische Pflanzenformen Land Vor Gefleckte Klapper Eine spröde auf dem Boden wachsende Pflanze Die große Spuren enthält Die ein charakteristisches Rassegeräusch erzeugen Wenn die Pflanze geschüttelt wird Na klar Wird statt nur sitzen Brrrr Klick 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 Jippie Das kann Raubtiere abwehren Oder sogar dazu führen Dass Räuber die Spuren verbreiten Noch mehr klappern Jawohl Gut Hammer Und weil ich hier rausgehe Und da gucke Gehst du zu Alles klar Mach Der nächste Dann ist es so Wir haben zwei Titan einstecken Ich wollte dann gucken Was man noch schönes Bauen können Hier Das braucht man nicht Scanner Hammer Reparaturwerkzeug Hammer Also die Kunkummi Sieht alles wieder ein bisschen anders aus Taschenlampe Tauchleine Luftblase Leuchtfacke Konstruktionswerkzeug Laserschneider Stasegewehr Schubkanone Hammer Lichtstopp Will ich nicht So Dat Seegleiter Mobile Fahrzeugstation Hammer Alles da Gravitationsfalle Jupp Jodie Dann 3 Bauen Und Jo Das haben wir Hier nicht Brauchen wir nicht Wärmekraftwerk will ich nicht Energietransmitter Innenmodule Schatz will ich nicht Kernreaktor Haben wir noch nicht komplett Bioreaktor haben wir schon gebaut Das brauchen wir Titan 3 Computerchip Und Kupferdraht Das heißt 4 Kupfer 1 Gold Bau mal Kupferdraht Bau mal Noch Kupferdraht Haben wir noch Korallenbrummen da Ne Na Doch Genau die 2 Und wieso Hab ich euch noch Nicht gesetzt Könnte man doch Glatt mal Auf Die 5 Ah Weil das nicht Ging Deswegen Das ist ja Natürlich Schade Was hier Obendrauf Funktioniert Ne Geht nicht Aber Schade Das wäre es Jetzt gewesen Geht doch Mit rechter Maustaste Da drüben hin 5 5 Drehen Klammer zu Klammer auf Ich kann mich aber auch selber drehen Siehste Komme ich hier noch runter Jawohl So was können wir hier reinbauen Irgendwas Kleines Was haben wir ein schickes Kleines da Ne Klapper Zum Rasseln Jawohl Ein Woxelstrauch Der sich schön bewegt Und beim Arbeiten ablenkt Eine Melone Die uns nichts mehr bringt Nö Dann nicht Dann nicht Nee Nicht da Da Wir wollen bauen Elektronik Computerchip Juhu Juhu Drei Tapp Du gehst wieder auf die 5 Mit der 3 Haben wir jetzt noch nicht alles Wir brauchen noch ein Titan Ja hör doch mal auf Hier meine Basis voll zu pupsen Ja stinkt Das stinkt mir Gewaltig Da hin Hier haben wir Alles was wir brauchen Jawohl Und Schwach Nicht mal ständig laufen kannst Du Badammt Der Axt Jawohl Willkommen an Bord So jetzt Noch mal Da hin Und Da hin Und Genau da hin Möchte ich so haben Konstruieren Bababam Babam Uff so rum zu wackeln Ähm Ne Voll aufgeladen Ja das weiß ich Seemüter Heißt Flösch Keine Ahnung warum Das hat man letztes Mal schon Ähm Nehm mal Das Ding In Star Star Hand Jo dann ruge ich das schon mal Hier nicht mehr so Ähm Man kann hier nicht näher ran Gut Basisfarbe In tiefblau finden wir sie nie wieder Ähm Signalfarbe gelb Gelbgrün Sieht gar nicht mal blöd aus Der Name Ähm Und dann Lassen wir los So dass wir den Namen ungefähr sehen Ähm Farbe Jawohl Tief Schwarz Das ist mehr Grau was er dort zeigt Ne Das ist jetzt schwarz Hä Flüsch In Naja aber so nach richtigen Namen Sieht das nicht aus oder Dass der da irgendwas machen würde Ein bisschen was mit dem Namen macht Aber so richtig auch nicht Lassen wir schwarz Was ist das Interieur Ist das innen drin Interieur genau In rot Blau Ne das ist zu hell Schwarz ist zu dunkel Ein dunkelgrün Könnte man machen Das ist Schwalbs Die sind knallig Ah das ist hier hinten Und hier Knallig blau Jo Das wirkt Schwalbs Zwo Das sind die hier Na die wären knallrot Dann Sieh gut aus Gefällt mir Die hoffentlich auch Ich muss es draußen nur wieder finden So dann gucken wir mal Bäh Module Gleich mal erschlagen Seemotten Tiefenmodule Haben wir das nicht schon Oh Mist Jetzt werde ich auch noch eingeblinkt Jetzt wo es gerade schon Spaß macht Erweiterungsmodule Wir haben Tiefenmodule Haben wir Und Frachtmodule Haben wir Mist Aber ich muss auch wieder essen Ich muss erst mal ins Wasser plumpsen Mann du Schwachgepul Ja wir müssen erst mal essen Trinken Und dann machen wir nächste Runde weiter Die sind fertig Wie es aussieht Können wir aber richtig was raushacken Aus so einem Bäumchen hier Quatsch So da kommt gleich einer mehr mit raus Genau Eins Zwei Drei Rest tun wir uns hier rollen Dann geht es Genauso Jawoll Schönes Ding Ich bedanke mich Fürs Reinschauen Vorbeischauen Zuschauen Dankeschön Wenn es euch gefallen hat Sehen wir uns eventuell In der nächsten Runde Wieder zu Subnautica Von Annon Worts Entertainment Kudelfisch Und Ghost Update Bis dahin Auf Wiedersehen Und Tschüssi Kowski